Norddeutscher Rundfunk 2021 Hier kamen alle meine Träume. Ich habe die größte Waffe und es ist hier. Ich liebe das Wasser, ich liebe den Sport. Ich liebe alles, was mit dem Surfen und dem Bigger Surfen zu tun hat. Und hoffe darauf, dass ich die größte Welle der Welt surfen kann. Es ist mir nicht verloren, wie unglaublich eine Möglichkeit es ist, mit diesen Leuten zu arbeiten, die das absolut beste an ihrer Kraft sind. Das ist etwas, das wir nach Hause gehen können und über eine gute Geschichte erzählen. Enjoy the ride! Portugal hat extrem viele schöne Ecken. Es ist schön, Gäste zu haben, die es das erste Mal sehen. Alle hatten solche leuchtenden Augen. Portugal zu entdecken und auch Nazaré vorzustellen, hat Spaß gemacht. Ich habe die größte Waffe und es ist hier. Und es ist der beste Ort in der Welt zu sehen. Es ist kein Ort, wo man so nahe ist. Das ist ein Tor, wo man so nahe ist. Das ist ja ein, was man so nahe ist. Und es ist ein, was man so nahe ist, dass man auf den Bergern schlägt. Und man kann auf den Leuten schäuern und auf den Leuten auf den Bergern schäuern. Und wir können euch hören. Das ist toll. Für mich persönlich ist die Faszination beim Bagelsurfen die Kraft der Natur. Es ist ein Gefühl, was auf der einen Seite sehr mächtig ist, auf der anderen Seite fühle ich mich ganz klein, weil ich weiß, dass ich nur ein ganz unbedeutender Mini-Teil in diesem riesen Naturschauspiel bin. Ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Geht in die Barrow und Zeit scheint zu stehen. Du bist in dein eigenes Welt. Es gibt Zeiten, wenn es da silent ist. Und es ist das beste Ort auf der Erde. Und du bist immer in die Barrow und wir arbeiten immer weiter. Wir arbeiten immer in die Welt. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Es ist nichts wie es. Wenn du dich auf und du siehst die Lighthouse, dann fühlst du ein bisschen der Geschichte in der Wasser. Es ist wirklich humbling. Die Leute sind der Best der Best, so ihre Erfahrung und ihre Knowledge, sie waren great teachers für das, so sie familiarizierten dich mit den Wagen und die Environment und macht dich so confident. Es ist großartig. One of your life goals ist es, dass du Steffels mit Gareth McNamara in Nazare. Das war großartig. Diese Reise hat weit überrascht meine Erwartungen. Und was alle gemacht haben, war großartig. Es waren sehr viele, wo ich überrascht war, dass sie sehr, sehr gut surfen konnten. Haben sich ausgetobt und haben auch gesehen, wie anstrengend es ist. Haben ein sehr gutes Verständnis dafür entwickelt, denke ich, was hier abgeht, wenn es groß ist. Enjoy the ride! Opa, wo ist das eine Schmerz, das ist schlecht, wo ist das Schmerz, wo ist das Schmerz und ich mich ist, was die Schmerz. Das ist ein Stadenskuchen. Ja, ja, ja. Envíanos un mail. Esperamos tus sugerencias. Envíanos un mail. 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 Envíanos un mail.